Looks like you got about 20 of those test tube motherfuckers had in your way. If you got any more tricks up the sleeve, I try them now. So. Alles klar und jetzt hocke ich mich hin und warte drauf, dass die Türme alles erledigen. Ah, ein bisschen Mali natürlich mit. Alter, das ist echt fies, wenn die da stehen. Werden die echt von allen Seiten beschossen. So. So. Okay. Scheiße! Alter, okay. Achso. Ähm, vier war das, ne? Ja. Ja. Nein! Nein! Scheiße, man. Wie dämlich war das denn? Vor allem, wie schnell ich tot war. So ein Bullshit hier. Uh, der war gut. Ach komm. Zack. Hier komme ich sowieso nicht mehr hoch. Okay, wo ist der hin? Wo ist der jetzt denn? Wo ist der denn jetzt hin? Hä? Hier war doch eben noch irgend so ein Mongo. Da! Hab ich dich. Ja, klar. Jetzt ist er schon um die Ecke rum. Na, Mann. Wuhu! Zack, und noch einen hinterher. Shit. Looks like you got about 20 of those test tube motherfuckers had in your way. If you got any more tricks up the sleeve, I try them now. So, ich arbeite hier wieder mit den Türmen. Achso. Ja. Klar. Schnell mal. кр Tatsache. Wuuuuh. Wuhu. Okay. Und tschüss. So. Jo, jo, jo. Fast. Okay. Okay, wie viel Muni habe ich noch? Sah schon mal besser aus, ne? Oh, verdammt. Scheiße, ich muss da wieder hoch. Da oben sind meine ganzen Verteidigungstürme. So kann man es natürlich auch sagen. Oh, shit. Huh. Scheiße, das war mal wieder knapper als mir lieb ist. Einfach mal schnell hier einen Quick-Safe machen. Ach so, da hinten ist ja schon an die Wand getackert. Hä, von wo denn da ist er? Ach so, du kleine Pissnick. Du hast doch nicht geschossen, was? Alter Schwede, ey. Ein Medikit hier nach dem anderen verschluckt. Ja, genau, ey. Wer... Stirb! So. Boah. Pimmelnase hier. Joa, ich komme um die Ecke und kriege schon die erste Kugel ab, ne? Okay. So. 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 Nochmal heilen. So. Naja, wenigstens kriege ich das meiste hier wieder. So. Huh. Oh, sehr schön. Okay, bevor ich jetzt irgendwas mache. Schnell speichern. Bevor ich das gleich wieder verkack. So, und jetzt zu welcher Tür soll ich jetzt? Die kann ich nicht wieder mitnehmen. Schade eigentlich. Wäre ja richtig geil. Hä? Hä? Welche Tür? Oder meint er das Tor hier? Okay. Hä? Woher soll ich denn jetzt kommen? Treffen an der Tür. An dieser Tür hier. Hier war Quick Save. Aber jetzt kann ich da rein. Okay. Kollege, gut. Sehr gut. Da ist ein Lüftungsschacht. Was geht ab? Der steht einfach nur so rum. Ich bin nicht alleine unterwegs. Das beruhigt. Wahrscheinlich wird er gleich... War so klar. War so klar. Weißt du, ich bin nicht alleine unterwegs. Ja. Okay. Jo. Wie soll man denn da rein? Kann man gar nicht. Oh, hier passiert doch schon wieder gleich irgendwas. Ich wusste es. Ja, danke. Ich darf vorgehen. Okay. Oh Gott. Scheiße. Oh, 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 oh. Was kommt jetzt? Man, this is not right. Ja. War so klar. Ich hab schon mit sowas gerechnet irgendwie. Er bleibt ganz ruhig. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Okay, war er da. Ja, dunkle Gasse gehen. Gut Idee. Ach, da ist er. Gut. Ach, es ist mal beleuchtet. Jawohl, das war der Abschnitt. Intervall 02, Flight Holiday ist der nächste. Ja. Allerdings würde ich jetzt erst mal sagen, das war's. Für die erste Aufnahme zumindest. Ich brauch dringend ne Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.